Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4758 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Sag mir, was du von meinen Muskeln hältst. Möchtest du auch von mir trainiert werden? Sag mir, was du von meinen Muskeln hältst. Möchtest du auch von mir trainiert werden? Ich habe mir den Text sorgfältig durchgelesen und bin völlig deiner Meinung. Ich habe mir den Text sorgfältig durchgelesen und bin völlig deiner Meinung. Die Maschine muss für jeden Arbeitsgang neu eingestellt werden. Die Maschine muss für jeden Arbeitsgang neu eingestellt werden. Die Maschine muss für jeden Arbeitsgang neu eingestellt werden. Die Besatzung des Flugzeugs trägt Reisetaschen und Rollkoffer. Die Besatzung des Flugzeugs trägt Reisetaschen und Rollkoffer. Die Spinne ist nicht echt. Es handelt sich um eine Halloween-Dekoration. Nach der Untersuchung beim Kinderarzt kauft Mama mir immer ein Eis. Ich bin gestolpert. Mein Knöchel ist verstaucht. Ich habe Schlittschuhe ausgeliehen. Durch das offene Fenster sieht man den Schnee auf der Terrasse. Ein Hausarzt ist ein Arzt mit einer allgemeinen medizinischen Ausbildung. Er wird auch Allgemeinmediziner genannt. Ein Hausarzt ist ein Arzt mit einer allgemeinen medizinischen Ausbildung. Er wird auch Allgemeinmediziner genannt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Er wird auch Allgemeinmediziner genannt. Er wird auch Allgemeinmediziner genannt. Er wird auch Allgemeinmediziner genannt. Er wird auch Allgemeinmediziner genannt.